Das war hier. Jetzt habe ich vorne an der Stelle vorhin doch vergessen, das Gold mitzunehmen. Fällt mir jetzt gerade auf. Ja, gut. Gehen wir jetzt mal wieder zurück. Redstone haben wir hier genug jetzt. Bisschen Übersicht verschaffen. Bisschen von den Danks hier abbauen. Das Eisen mitnehmen. Ist gut, also Eisen haben wir hier in den Höhlen bislang immer relativ viel gefunden. Das ist gut, das gefällt mir. Da nehme ich unten jetzt auch noch die Kohle mit. Die ist schon da drin. Dann haben wir davon auch reichlich schon mal. Was wir aber immer noch nicht gefunden haben. Es sind Diamanten, Diamanten, Diamanten für den Ralf. Ja. Jetzt habe ich erst geguckt, ob ich das richtige Werkzeug habe. Errungenschaft erzielt. Diamanten. Und da ist noch einer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, 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 gut. Na, hat sie es doch gelohnt. So, gut. Gut, dass ich hier unten auch die Kohle noch abgebaut habe. Hätte ich die nämlich nicht abgebaut. Hätte ich natürlich auch nicht das den Diamanten gefunden. Und den hätte ich ja fast übersehen hier. Komm her. Uah. Äh, ja. So viel dazu. Hey, ho. Where to go? Da hinten kann nichts dagegen. Okay. Na ja, hier hinten haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Lava und Obsidian. Okay. Gut. Okay, jetzt wollte ich ja, jetzt wollte ich ja, nochmal zu dem Gold zurück. Zurück zum Gold. Und das wollte ich ja auf jeden Fall auch mitnehmen. Das war ja, sozusagen, Hauptziel Nummer zwei, weswegen ich hierher gekommen bin. Das Gold und das war, glaube ich, hier hinten. Der Übergang ist mal ein bisschen gruselig, ne? Hier war er doch unter, das Gold. Hier oben ging es nicht weiter. Hier, hier oben liegt das Gold. Okay, jetzt will ich hier mal gut schauen, was da unten ist. eine Sackgasse. Und hier hinten? Hier kommt das Wasser her. Hier vorne geht es wieder zurück. Oh, geht es hier nach oben? Wo ist er? Mann, der hört sich an, als wenn er direkt neben mir stehen würde. Direkt neben mir. Wahrscheinlich ist er da oben, oder so. Er kann natürlich da von oben runterfallen. Da stehe ich mir mal gerne die Seite ran. Hier geht das Gold mit. Oh, sehr schön, das sind sogar noch mehr. Schade. Der knurrt mich hier auf zu, hey. Der steckt bestimmt da oben irgendwo aufs ebenso Felsvorsprung. Direkt nach oben abbauen ist immer eine schlechte Idee. Gerade in der Höhle, wo so einiges oben runterkommen könnte. auch Zombies und andere Tiere. Muss ja noch ein bisschen ausleuchten. Oh, noch mehr goldene Decke. Uhu. Da. Sehr gut. Da muss ich mir jetzt direkt direkt eine Rampe bauen. Ah. Damit ich die Golddinge hier auch noch mitnehmen kann. muss das Ding haben wir mal abbauen. Damit da irgendwo jemand steht und dann runterfällt. Oder dass ich es mitbekomme. Das wird doof. Da oben steht er. Ich habe ihn gesehen. Hab ihn auch gesehen? Hier hinten oben. Da hinten oben geht es weiter. Ja, da ist's. Uh. 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 Jetzt muss ich mit der Axt tot schlagen. Pui. Pui. Auf den Schreckmann gleich ein Brot. Ah. Und da oben geht es weiter. Oh, da war ich ja schon mal. Hier war ich schon mal. Jetzt sind wir gerade meine Fackeln ausgegangen. Denkmal für Nachschub sorgen, ja. Ja, super. Den Rest an Rohstoffen schmeißen wir direkt wieder weg. Ich habe auch nur noch eine Spitzhacke. Heißt jetzt also. Jetzt nehme ich mal hier noch so mit an Rohstoffen, was ich finden kann. Und dann gehe ich mal einen Schritt zurück und lege die Sachen in die Truhe. Dafür bist du gebaut. Genau. Ja, jetzt ist die nämlich kaputt gegangen. Nur noch die eine hier. Und da oben geht es bestimmt auch noch weiter. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, jetzt will ich mal hier schnell schauen, dass ich zurückkomme. Normalerweise müsste ich jetzt ja auch hier zurückkommen. Irgendwo planscht da wieder jemand. Ich will es mal beißen. Ich möchte mir hier mal eine Brücke bauen. So oft hier. da komme ich her. Zügigen Schrittes gehen wir jetzt hier zurück. rein in die gute Stube. Achso, ich muss gar nichts zu machen. Da hast du geschafft. Vier Diamanten, Golderz, Eisenerz, Redstone. Prima. Prima, prima, prima. Das kann man auch mal da lassen, das Zeug hier. Die Knochen brauche ich jetzt unten noch nicht mehr. Feuerstein. Das ist im Moment auch nicht. Ich könnte ja mal, wenn ich hier so lustig bin, mir hier noch einen Ofen reinstellen. Den stellen wir uns einfach mal da in die Ecke. Füllen den mal mit ein bisschen Dings und packen da das Eisenerz rein. So. Was haben wir jetzt wieder gemacht? Ja. Plötzlich war es weg. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir hier schlafen können. Probieren wir es einfach mal aus. Ja, haben gerade die Nacht erwischt. Gute Nacht.